Willkommen zurück zum nächsten Part von Minecraft, der Shadowhunter spielt jetzt, weil ich nur Scheiße bauen würde, wenn ich die Lava da habe, deswegen macht Shadowhunter das Ding. Ja ok, wenn wir keine Diamantspieze haben wollen und noch Sie hier in Form bauen wollen, dann machen wir erstmal zwei in den Boden so, ich hab's schon mal vorbereitet, und kippen da Wasser rüber, et voilà, dann haben wir hier schon mal den Boden. Was wir dann tun, wir bauen hier diese Konstruktion an der Seite ein, und da so, und hier so zwei, und besteht man das hoffentlich, und dann tun wir da das Wasser rein, danach nehmen wir uns einen von unseren Lava-Eimern, gehen einfach hier ins Wasser, das war dumm platziert, total dumm, und kippen da das Ding dahin, dann kommt der eben halt ein Obsidianblock. Und das sollte man am besten so am Boden anfangen, das ist recht schlau. Und das machen wir dann, und dann haben wir hier die Wand. Und sowas mit einer Plattform bauen, das könnte man auch da oben machen, wenn man Spaß dran hätte, was wir aber nicht haben, weil wir von Wasser attackiert werden. So, ähm, und das müssten wir dann auch auf der anderen Seite machen, und dann irgendwie ein bisschen höher bauen, und das wird klappen. Und jetzt müssten wir nur noch da und da, und dann von hier nach da nach oben setzen, und das kann ja der, und das kann ja Blackface jetzt machen. Dann sag ich mal, danke für die Shadowhunter, und jetzt geht's richtig los. Bevor ihr das richtig Coole kommt, und entweder die Sachen. Also, äh, scheiße. Das weiß ich, das weiß ich. Aber ich mach's trotzdem episch. Ne? Okay, aus Ideen. Dann hau rein, die Schaufel. Mann, 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 dass ich das hinkriege? Okay, ich, ist schlecht. Aber, in meinem Let's Play, das wird passiert hier. Menschen sterben. Nein, jetzt, aber. Ähm. So, ich bin dann wieder einer, so, ich hab meine Vergangenheit noch hier. Weiß ich gar nicht, ob das immer so ist. So, Leute, seid ihr bereit? Wir müssen uns ja noch einen Feuerzeug machen. Zack. Oh, ich fühl mich so. Oh, jetzt fehl. Falsch bauen, dann wär's ja. Ihr habt's falsch gemacht, oder? Nein. Puh. So, ey, ja. Und jetzt. Da. Oh, wir sind so gut. Wir sind, wir sind jetzt. Alter, sind wir geil. So. Und so. Und jetzt einfach nur hier rumpissen und ein Feuerzeug machen. Stimmt's? Ja. Okay, wir machen das. Ja. Also, was brauchen wir? Wir brauchen... Einen. 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 Und einen. Und einen. In diesen... Als Block, oder? Als... Was für eine Verschwendung. Aber das ist mir wert. Wir können in die Hölle gehen. Ja, nee, toll. Ne, dann machen wir... Wie macht man das denn? Vier... Also, Leute, ich... Ihr wisst, ich bin nicht so der Po. Zwei... Weil wir nähern uns dem Ziel. Nein. Und da raus haben wir ein Feuerzeug machen. Ja. Brauchen wir noch was? Und eine... Nee, nee, unten... Das ist ein Eck, glaube ich, und dann... Und das ist... Das Feuerzeug! Ohohoho! Okay, bevor wir zum epischen Moment der Momente kommen, wird schon wieder Tag. Machen wir den Inventar leer. Ja, so einer bin ich. Ich bin mal einfach, was so wie du spielst. Äh, so... Okay, Leute. Es ist so, als ich wollte schon immer... Und jetzt geht's los. Ohne Cheats. Ohne Cheats, wurde gemerkt. Okay, los geht's. Oh, das Feuerzeug. Ja, aus. Aber erstmal... Yay! So. Das Porta ist fertig. Haha. Oh, ich wollte schon hier die Stufe anbrennen. So, das Ding... Das Ding legen wir mal ganz schnell weg, bevor wir da irgendwas komisches mit anstellen. Kann ja nichts mehr passieren. So, Leute, seid ihr bereit? Wir gehen in die Hölle. Komm. Wollen wir was tun? Die haben wir dabei. Habloah. Seht euch nochmal genau um. Oh, was mir einfällt. Hört man gar nicht, was ist da, hier. Ach, nee. Ein armes Kind. Vielleicht sollen wir wieder auf Easy stellen. Erstmal wählen wir uns zwei. Nee, 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 nee. Und dabei ein paar Würstchen verkaufen. Okay, ich will hier keinen voreiligen Schritt machen. Da sind wir angekommen. Oh, hier musst du aufpassen. Also, wir werden uns gleich mal ein bisschen Nähter schnappen und die Löcher stopfen. So, das war der Anfang. Also, sich halt geht vor, Leute, verstehe ihr? Oh, das ist vollkommen unterhaltend. Oh, ich will... Ist das nicht dieser anderen Nähter zurück? Ist das nicht dieser andere Nähter zurück? Oh, ja. Irgendwann fällt es bestimmt runter. Da hab ich was zum Lachen. Ich hab's ja auch gemacht, und dann guckst du dich immer wieder und wieder. Den Arschloch. Ach, war... Ach, war... Na, da kriegst du sogar du Muffensherrn, was du du vorst. Nein, das stimmt nicht. Nie leben. Also warte mal. Also muss ich jetzt mal schauen. Also erstmal muss hier alles gestoppt werden. So. Okay, wo wandert der jetzt? Da, vielleicht. Kannst ja mal unterspringen. So, als Espiegel. Zack. Ja. Und, zack. Oh, wenn es logisch aussieht, mach mir zack. Zack. Wow, sieht jetzt doch... Ey, das sieht voll episch aus. So, okay, ich bin jetzt mal so. So, das war die Hölle. Ey, was ist das schwarz? Ach, das ist dieser wieder. Ähm, wir müssen die Hölle weiter zeigen. Wir gehen wieder zurück. Also ich fühl mich hier nicht so sicher. Wieder da rein. Nein, vier Wänden. Boah, ist das hier schön. Oh, ist das hier schön. Hm, das gefällt mir. So, den Heter-Pupiter haben wir jetzt auch. Ja, den behalten wir noch mal in der Hand. Ach, schon wieder fertig. Der Heter. Da macht der Hund einmal... Hm. Ja. Oh Mann, die Hunde. Jetzt habe ich endlich mal wieder richtig Knochen, weil vorher hatte ich ja nur für den Eindarm Knochen. Ah, jetzt habe ich so ein 19 oder so, ne? So. Schon wieder ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen bald mal wieder neue Kisten. Ja, wie war es denn? Mit so viel müsste ich das mal machen. Ach komm, direkt versuchen wir es mal. Vielleicht nehmen wir noch eine mit. Oh, viel. Erstmal will ich... Man kann auch irgendwie Papier machen. Geht das nicht so? Warte, was ist das denn? Zucker, ne? Und was ist das? Kann er das essen, oder wie? Hä? Was war das denn? Papier! Was anderes kann man noch nicht damit machen, ne? So, zack. Zack. Zwölf. Mann, sind wir cool. Noch mehr? Ja. So, ich mache es mal auf die Erde. So, was kann man hier jetzt mal machen? Kann man sowas machen? Also, ich muss jetzt mal... Warte mal, das geht doch viel einfacher. Zack. Tja, da guckst du. Und wie macht man sich egal? Mach nur mal... Warte mal. Eins, mach dir mal so. Die? Die? Die beiden hier? Aha. Ja, stimmt, wäre logischer, ne? Na, egal. So. Das werden wir doch mal direkt hier irgendwo hinpropsen. Flirtier. Ach ja. So, so viel will ich jetzt gar nicht damit machen. Aber damit wir immerhin schon mal was gemacht haben im Moment, ne? Bücher, die tun wir hier hin. Ich brauche... Ich möchte mal eine eigene Kisse hierfür machen. Keine ganzen Kram dahinten. So, ich mache jetzt eine Aufnahmepäuse. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden ich jetzt aufgenommen habe wieder. Jedenfalls ziehe ich mich rein. Das ist das Halbportal. Und da gehe ich jetzt nicht noch mal extra rein. Aber wir können stolz darauf sein. Ist noch was da drin. Sehr herzlich. Nein, sieben Kohle. Lesen wir doch das Spannbuch. So, das sind unsere Funde vom bisherigen Let's Play. Ich will sagen, bis dann. Und ciao, Leute. Bis dann.